Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Wohntag, den 30.08.2021 und unser DAX hat am Freitag die Shory Cup ein bisschen aufgesetzt bekommen, damit sich das Vieh mal wieder vorwärts bewegt. Die Hautrauf-Situation im Freitag konnte doch dann geklärt werden. Wir können ja mal drauf gucken, was haben wir am Freitag erwartet, was hatten wir besprochen, wir hatten am Freitag diese rote Kerze hier, diese kleine, also wenn ich sie jetzt mal ranschieben würde, das war unser Schluss hier, so sah es aus und hatten gesagt, eine leichte Dreieckbildung auch, dass er durchaus eher die Tendenz nach unten hat, das heißt, wenn er klar unter 7.80, 7.60 weiterarbeitet, dass er dann durchaus Richtung 6.70, 7.100 nochmal laufen kann, dass das nochmal erneut Unterstützung bla 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 hat er nicht getan. Wir hatten gesagt, oben hat er dann aber auch nichts zu suchen an der 800, an der 820, 840, weil Freitage in den letzten Monaten halt einfach immer wieder dazu da waren, die Wochenkerze auf grün zu drehen und so weiter und deswegen hat er gesagt, wenn der zum Freitag nach oben treibt, dann wird er nicht viel mehr gehen und der wahrscheinlich einfach dann bis zum Tagesende durchlaufen. Und das hat er dann auch getan, hat zur ersten Minute gleich früh mit einem Aufwärtsgap eröffnet, das hat schon mal gar nicht reingepasst, auf die Erwartungshaltung, die ja eher nach unten ging, die Tendenz, die nach unten geht, damit hat man eigentlich schon ab Minute 1 gesehen, naja, okay, so richtig will er halt nicht. Dann hat der Punkt genau auf das Gap geschlossen, ist ja einmal runtergekommen, hat es zugemacht, dann wird er direkt wieder nach oben weg verkauft, naja, und dann hat die Zeit ja eigentlich für ihn gespielt und er sich dann immer weiter hochgeschoben. Dabei hat er jetzt die Abwärtstrendkante hier nochmal erreicht, das ist so gesehen halt, muss man ja so sagen, das ist der allereinzige Abwärtstrend, den er noch hat, seit dem letzten Allzeithoch, es ist ein sehr kurzfristiger Trend, ja, definitiv, ne, also, es sind nun mal, also ich kriege das manchmal, wenn ich so was sage, DAX steht gerade im Abwärtstrend, dann schicken wir Leute Tagesschau und sagen, wow, zur Hölle, ist denn hier ein Abwärtstrend, da sind du gar keine Ahnung, aber es gibt natürlich verschiedene Timeframes, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man den Markt analysieren kann und wenn wir hier auf derartiger Ebene untergeordnet schauen, müssen wir festhalten, hier ist einfach ein Abwärtstrend, auf der Ebene bewegt sich der DAX in fallenden, tiefst und fallenden hoch, das heißt, auch wenn der Trendlinie supportet hier, hat er einfach ein Abwärtstrend drin, Punkt, kurzfristig, na klar, klar kann ich auf den Tagesschart runterschalten und kann sagen, seit November geht hier alles nach oben oder seit März letzten Jahres geht alles nur nach oben oder seit sonst wann, ne, das ist alles immer eine Frage der Zeiteinheit, wenn wir aber auf H2 analysieren oder Stundenchart, wenn wir sagen, okay, uns interessieren jetzt nur die letzten 24 Stunden, dann ist es nicht unbedingt hilfreich zu sagen, ja, okay, übergeordnet halt, Aufwärtstrend seit 1954, ähm, der kann jetzt nicht kurzfristig fallen, wäre halt Quatsch, ne, weil auch in einem Abwärtstrend natürlich immer mal Korrekturen drin sind und so eine Korrektur ist natürlich untergeordnet dann in einem Abwärtstrend, ne, in einem Aufwärtstrend, in einem Übergeordneten vielleicht so und die ist jetzt jedenfalls sehr, sehr, sehr entscheidend die Linie, das ist, also finde ich jetzt für den Montag maßgeblich, weil bricht er das Ding jetzt hier raus, steigt er jetzt hier da drüber, bricht er halt den einzigsten Abwärtstrend, den er überhaupt irgendwo hat, ja, das heißt in dem Moment, wo unser Dax dann drüber steigt, hier rausklettert, rausklettert über die 900, über die 940, auch hier ein höheres Hoch wieder reinstellt, dann wäre auch das gebrochen und dann, dann, dann hätte er nach oben Vorteil, das heißt, wenn wir den am Montag sehen, oberhalb von 900, 940, ähm, hat der einfach aus charttechnischer Sicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nach oben, ja, dass er sich relativ leicht und auch wieder einer 16.000 annähern kann, einer 16.20, einer 16.65, einer 16.1.20, 16.2.30 und so weiter und so fort, ne, das heißt, alles was da drüber geht, ist für mich dann tatsächlich klar bullisches Terrain, ne, ne, es ist eine positive Chartlack, dieses auch jetzt, muss man erst so sagen, auch wenn er untergeordnet kleine Korrekturen, kleinen Abwärtstrend stehen hat, aber da haben wir am Freitag eigentlich schon drüber gesprochen, ne, dass das, dass das zwar erstmal nach unten geht, aber dass da schon ein bisschen was noch passieren muss, damit der in eine negative Chartlacke wieder reinkippt, ne, und da hat man gesagt, hier mindestens mal unter die rote Linie muss er halt auch drunter, so, wir haben jetzt hier schön, schön, schön dran gestoßen an dem Trend, ne, am Abend ist er da kurz vorher noch dran, auf der letzten Stunde, hat sich davon jetzt erstmal abgestoßen, ähm, würde bedeuten, wenn wir am Montag zum Beispiel mit einem Abwärtscap wieder reinkommen, dann hätte er gute Karten, hier jetzt das, das nachzuholen, was er am Freitag eigentlich verpasst hat, ne, also wenn du zum Beispiel jetzt ein paar Abwärtscap unter, und ich sag mal, 8.20 rauskommt, und der, der, der clost das nicht direkt nach oben, ne, der zieht nicht direkt wieder nach oben an die 8.55, sondern lässt das vielleicht offen, hat er durchaus Potenzial, das nochmal nachzuholen, der würde dann in erster Instanz wahrscheinlich erstmal auf die 7.50 fallen, von dort kurz an die 8.00, 7.80 zurück, und dann würde er nochmal probieren, tiefer zu fallen, nochmal auf die 7.00, 6.70, dann hat er hier wieder ein tieferes Hoch, hier ein tieferes Hoch, dann hier ein tieferes Tief, hier ein tieferes Tief, hier nochmal ein tieferes Tief, und hätte auch wieder noch einen neuen untergeordneten kleinen Abwärtstrend, ja, aber der, der muss eigentlich direkt von unten anfangen, also der muss direkt anfangen, ein kleines Abwärtscap reinstellen, unter, unter 8.20 möchte ich das dann schon sehen, und der 8.20 möchte ich das jetzt schon sehen, und dann kriegt er durchaus nochmal auch gute Chancen, gute Chancen Richtung 6.70, 7.100, und wenn die dann eben bricht, auch bis zu dieser roten Linie hier halt, ne, die jetzt so um die 15.5.60 rumliegt, ja, aber der muss, der muss Schwäche zeigen, ja, sind wir keine Schwäche, sind wir nur Stärke, dann geht aus der technischen Analyse heraus die Wahrscheinlichkeit unheimlich stark nach oben auf, dann kriegt er einfach Long-Vorteil, ne, dann kriegt er Chance oben raus, ja, so alles so über 900, über 940, ich meine, klar, der kann immer ein Fehlsignal bringen, aber es ist meist hilfreicher, auf die richtigen Signale zu gehen, ja, und das erstmal zu akzeptieren, bis dann so ein Fehlsignal auch bestätigt ist, ne, durch eine harte Umkehr, also für einen richtigen Fehlausbruch hier oben macht, haut hier eine grüne rein und drückt eine rote dahinter, wie sie Gott nicht mehr gesehen hat, seit sonst wann, ne, dann sind das so Momente, wo ich sage, ja, ja, das ist halt, klar, das ist Fehlausbruch, da kann man jetzt kurz shorten, aber jetzt zu sagen, oh, boah, ich habe jetzt 944 hier auf der Uhrzeige, jetzt gehe ich mal direkt short, das ist halt heiß, aber sowas klappt halt oft nicht, dann drückt er weiter, oben raus, drückt er weiter, oben raus, drückt er weiter und plötzlich steht er bei 1665 und man sitzt dann da und schimpft wieder nur über den Mark, über die Notenbank und wen auch immer man da anschimpfen kann, das dann nicht unbedingt hilfreich, ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, über 900, über 940 bekommt er für mich eine deutliche Aufwärtstendenz aus der technischen Betrachtung raus, einfach weil die Aufwärtstrends dann, die Abwärtstrends beendet sind und dann könnte man, könnte man theoretisch ihm ein Ziel rausholen, was hier, hoch, habe ich verdrückt, Moment, machen wir nochmal, wo ist es denn, dann könnte man ihm Ziele rausholen, die dann so im Bereich um, die dann so im Bereich um, Moment, 945, 16, 2 und dann geht das oben schon Richtung 16, 2 und damit liegen die eigentlich ziemlich präzise auf allen Unterstützungslinien, wie als soll es so sein und damit können wir alles so lassen, wie es ist halt, ne, also dann wird er hier raus, sich jetzt noch was aktivieren können, bis oben in die 16.000 rein, bricht die dann noch, geht er auf 16.230 weiter und so weiter fort, also deswegen, ich würde einfach oberhalb von 15.900, 15.940, ich würde mit weiteren Hochs rechnen, sollte uns ein Abwärtscap unter 28.000 reinbringen, dann kriegt er nochmal ein Fenster nach unten, das kann er gerne spielen zum Montag, ja, und die Bewegung kann auch durchaus bis Dienstag andauern dann, wenn er das schön macht, hier drunter geht, das offen lässt, war das eine kleine Flagge oder ein Dreieck gewesen, fehlt das nach oben, dann probiert das unten, einmal hier drunter, dann wieder zurück an die 87 und dann lang raus, das würde ganz gut passen, aber ansonsten müsste man hier jetzt tatsächlich den Trigger eigentlich, eigentlich müsste man runterziehen, ja, müsste man sagen, okay, der Kerl jetzt hier raus geht, warte, da muss ich mal kurz den Magnet ausmachen, wenn er hier raus geht, kommt da eigentlich schon deutliche Tendenz, dann hier Richtung 16.000 und eben auch mehr, das muss man schon so sagen. Gut, okay, damit haben wir das besprochen, wir haben unten drüber gesprochen, was muss er tun, damit er unten rauskommt, wichtig ist, er muss Signale setzen, wichtig ist, nichts ist garantiert, das kann grundsätzlich alles machen, wichtig in der technischen Analyse ist, diese Sinarien, die typischerweise oft kommen, anzusprechen, zu betrachten, zu beobachten und wenn wir sehen, dass der Markt sich darauf einlässt, auf das, was wir besprochen haben, dass man dann einfach versucht mitzugehen. Ich überlege, ob ich jetzt hier so eine kleine, aber das wird zu kleinteilig, glaube ich, naja, das ist eher was für ein Premium-Dienst, das muss man auf M5 oder so dann weiterverfolgen, ich glaube fast, das ist zu kleinteilig, naja, hat auch, passt ein bisschen rein, nein, aber kommen wir von der Zeitachse da nicht ganz hin. Boah, dann bin ich ja hier schon im Mittwoch, nee doch, das ist der Dienstag. So, und wenn das natürlich unserem DAX gelingt, hätte er hier natürlich auch die Monatskerze wieder ein bisschen im Fokus dann, um vielleicht dafür zu sorgen, dass die nochmal grün werden kann, äh, rot werden kann, ja, aktuell ist sie noch grün. Okay, ich würde es so reinnehmen, ne, theoretisch, also man darf sich hier einen Trigger denken, der muss halt auch erst da drunter, das soll jetzt nicht heißen, dass er direkt fallen muss, ähm, so wie da auch der Tagesschatz steht, ist schon eher oben raus halt, ne, also, ähm, aber Fakt ist, wir haben das oft gesehen die letzten Monate, Freitag immer wieder ausgeglichen, Donnerstag immer wieder ausgeglichen, dann Montag, Dienstag wird wohl wieder schwach, das heißt, es ist gar nicht so abwegig, da unten raus ein bisschen Fantasie vielleicht noch mitzunehmen für den Wochenanfang, aber eben auch die klare Warnung, wenn der das, wenn der sich nicht auf Schwächer am Montag einlässt, dann rennt er oben raus halt, ne, und dann rennt er auch ans Band hier ran, oder noch da drüber, und das liegt halt einfach mal so im Bereich um 16, 65 rum, ne, und dann, dann, dann schnappt er sich das, ja, von daher, also, wenn der da oben rumtornt, ah, wird er nicht zu viel Energie verbraten, das ist wahrscheinlich schade um die Zeit und auch das Geld halt, ne, also, wenn er Schwächer zeigt, dann gerne kann man unten raus begleiten, und wenn er da oben nur bollern will, dann ist den Long dort wahrscheinlich einfacher zu nehmen halt, ne, ja, ja, das soweit meine Gedanken dazu, ähm, Target-Start, habt ihr gesehen, war eine grüne Tageskerze, die hat auch die gestrige komplett aufgefressen, also die vom Donnerstag, die Freitagskerze hat die Donnerstagskerze nach oben aufgefressen, ja, der muss schon wieder jetzt, also muss schon Schwäche zeigen, muss zeigen, dass er jetzt vom, 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 vom Abwärtstrend nicht durch will, runter will, ah, wenn das gelingt, hat er nochmal ein bisschen Platz, äh, geht aber oben drüber, dann hat es halt wieder nicht geklappt, dann war wieder ein neues Hore, dann kann er es nochmal probieren, herunter zu, äh, es ist dann halt einfach so, ne, können wir auch nicht erinnern, können wir uns nur, können wir uns nur beugen, äh, und nach ihm richten halt, ne, der Markt hat immer recht, das heißt, dem ist scheißegal, was ich sage, was andere Analysten sagen, äh, der, der macht halt, wo, wo er das meiste Geld verdienen kann, ne, der läuft immer von, von, von Geldhoff zu Geldhoff und, äh, futtert, futtert es einfach leer, halt, ne, und wenn er satt ist, dann geht er zum nächsten, und das kann sein, dass die mal oben, mal unten liegen, es kann sein, dass die unten, unten, unten liegen, mal oben, 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 ne, deswegen gucken wir eher, dass wir hier punktuell mitkommen. So, und wie gesagt, für, aus, um aus, auf dem großen Bild wieder richtig ins Negative reinzufallen, die rote Linie halt, ne, also darunter sollte es einem dann auch leichter fallen, ne, im Chat hat da auch jemand gefragt, ne, der probiert hier seit Tagen, ähm, Schottpyramiden aufzubauen, das ist halt nicht so wirklich ein Markt dafür, das ist noch zu, zu positive Chartlacke halt, ne, ne, der Markt versucht immer wieder nach oben anzuziehen, probiert immer wieder in die Trendfortsetzung reinzukommen, das ist nicht so das perfekte Umfeld, um da schon massiv jetzt, äh, in den Shorts immer wieder rein zu investieren, und sich dann auch vor allen Dingen unterhalb des, des letzten Allzeithochs ausschüften zu lassen, weil das gibt die Marktklacke noch nicht her, das wird hier unten drunter, wird das interessanter, aber hier, das ist jetzt erstmal seitwärts, ja, erstmal so, hier drüber wird es dann wieder positiv, ne, das heißt, das wird für den Shorts noch schwieriger, der Markt erstmal wieder eine Grundtendenz nach oben kriegt, das ist hier mehr das Long-Long-Bereich, und hier ist halt eher was für kurze Trades, ne, dieses seitwärtsgeklacker, ja, da ist es kein, kein Markt, um was zu programmatisieren, zum Beispiel, ne, das funktioniert nicht, weil er immer wieder zurückkommt, immer wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, und das ändert sich unten raus erst, wenn er wirklich Verteidigungslinien bricht, wenn er die aufgibt, wenn er wirklich dann Erschöpfung und, äh, ich will nicht sagen, Panik aufkommt, ne, aber wenn man richtig sieht, okay, da hat jetzt keiner Lust mehr zu kaufen, halt einfach, weil das Ding so doll abkippt, oder eben oben, äh, wenn er dann wieder in die Trennfortsätze reingeht, wo die Verkäufer halt einfach keine Lust mehr haben, sich gegenzustellen, und es dann auch einfach lassen, und dann kriegt er so eine, so eine Grundtendenz nach oben, dann macht er nur noch flache Konsolidierung zur Seite, und dann geht er wieder ein Stückchen hoch, dann macht er wieder ein bisschen zur Seite, geht er wieder weiter hoch, ne, das ist auch nicht gut für Short, das ist dann eher gut für Long, auch wenn die schwieriger zu handeln sind, weil sie wesentlich länger brauchen, bis sie dann anlaufen, und ganz oft am Einstand erstmal liegen bleiben, manchmal 1, 2 Stunden liegen bleiben, und die meisten brechen dann so mit 1, 2, 3, 4 Punkten ab, weil sie zu ungeduldig wären, ne, der Trade-Warner nicht einmal Minus, aber sie brechen dann ab, weil es nicht schnell genug geht, und dann macht er den Markt wieder so 10, 20, 30, 40 Punkte hoch, und dann ärgern sie sich, dass sie rausgegangen sind, gehen so oben wieder rein, ja, dann steht der Markt wieder auf der Stelle, bewegt sich nicht, das ist typisch für Aufwärtsbewegung halt, ne, das ist für Long-Position, und unten raus, und aber hier dazwischen haben wir übergeordneten Aufwärtstrend, untergeordneten Abwärtstrend, und das beißt sich, und dadurch entsteht seitwärts, ne, das löst sich erst auf, wenn auf der einen Seite nachgegeben wird, oder auf der anderen, gut, von daher, wir machen hier zu, damit wünsche ich euch viel Erfolg zum Montag, achtet mir ein bisschen auf die 8,20 unten, das ist für mich so 8,20, 8,100, darunter wäre ich ein bisschen negativer gestimmt, und oben halt 900, 9,40, das ist schon, ist dann schon eher, spricht dann schon eher für Aufwärts, ja. Ja, und in diesem Sinne mache ich aus, wünsche euch gutes Gelingen zum Montag, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Gelingen zum Montag, bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.